Ja, endlich Montag! Montag 18.30 Uhr. Die Hamburger Mahnwache hat wieder aufgemacht. Die Musik hat leider auch weitergemacht, aber seit langer Zeit sind wir mal wieder hier. Normalerweise stehen wir ja da drüben, aber da sind wir von den Toilettenhäuschen verdrängt worden. Angefangen haben wir ja mal da hinten am Rathausmarkt, direkt da am Platz. Dann haben sie uns hierhin geschickt, dann haben sie uns da hingeschickt und dann haben sie uns zum Flaggenplatz geschickt. Und das ist eigentlich auch unser Lieblingsplatz. Aber heute sind wir hier, freuen uns auch wieder da zu sein. Hamburger Mahnwache, was bedeutet das? Das bedeutet das offene Mikrofon. Das ist hier absolute freie Meinungsäußerung. Gibt es selten, noch nicht mal im Internet, da wird ja auch immer mehr zensiert. Aber hier bei uns wird überhaupt nichts zensiert. Das heißt, hier kann jeder seine Meinung frei äußern. Wir haben auch nur drei Regeln. Das ist gewaltfrei, jugendfreundlich und in einem guten Ton. Das ist alles, was man machen muss. Und dann kann man sich hierhin stellen und sechs Minuten lang seine Meinung sagen. Ja, das ist die Zeit, die wir da vorgeben. Sechs Minuten. Aber wenn man mehr zu sagen hat, also wenn man eine ganze Rede vorbereitet hat, kann man hier auch bis zu 20 Minuten lang sprechen. Aber heute haben wir noch keine, aber es könnte noch jemand kommen, der was ansagt. Also das offene Mikrofon hier am Jungfernstieg im öffentlichen Raum. Unzensiert und ungeprüft könnt ihr hier ans Mikrofon kommen. Ich eröffne das Mikrofon und freue mich auf die ersten Beiträge. Ich eröffne das Mikrofon.